Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Real Mystic Siege Ranked. Roblox! Hast du gerade Roblox gesagt? Ja. Wow. Okay, ihr merkt schon, wir haben wieder... ...Lukas, Oregon wird weggewandt, oder? Ich will Emerald Plans eigentlich spielen. Roblox Ranked spielen wir. Wir spielen einfach Roblox Ranked, okay? Ah, okay. Okay. Ne, wir haben Lukas dabei, die anderen drei sind random. Und wir sind in der neuen Season. Ah, ich hatte gerade kurz Hoffnung. Wir spielen in der neuen Season jetzt hier. Erwartbar. Deswegen ist die Folge wahrscheinlich auch ein bisschen spät, weil ich gestern keine Zeit hatte, die aufzunehmen. Heute erst Lukas Spätzeit hatte, aufzunehmen. Dementsprechend sind wir ein bisschen verspätet. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr habt es gemerkt, ich habe keine A6 News hochgeladen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich pausiere die Serie erstmal ein bisschen. Einfach weil... Leckerlich! Ne, ne, ich habe einfach die Zeit dafür nicht gehabt. In letzter Zeit. Leckerlich! Leckerlich! Ja, die... Die Sache ist halt, die neuen Seasons haben es die letzten drei Male... Yo! Cheating, botting, Alter, was geht da ab? Ne, aber die letzten drei Male, wo eine Season gedroppt ist, hat das 100% übereingestimmt in meinen Klausurphasen. Dementsprechend hatte ich einfach kaum denn keine Zeit. Aber er hat dieses Mal genauso gestimmt wieder. Ja, Klausurphasen sind halt scheiße. Dementsprechend habe ich da keine Zeit. Legal. Und dementsprechend ist halt auch, ja, nicht so gut diese. Und da Klausurphasen nicht verhandelbar oder verschiebbar sind, sind halt, ja, dann die, ähm, 6News-Folgen weggefallen. Und, ja, die Sache ist halt, es ist auch extrem verantwortlich für nicht viel. Guck, 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 halt schon. Geh einfach hin und sag, du hast Affenpoppen. Ja, genau das. Weil ich auch Bock habe, 21 Tage Quarantäne zu machen, dann alle Klausuren in zwei Wochen direkt hintereinander zu haben, eventuell sogar in einer Woche. Ja. Weil Zeugnisse und so, ja, genau das. Ja. Da hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ja. Also ob man. Mhm, genau. Ne, nur, ähm, dann kommt noch dazu, dass so größere Channel wie Coors da eindeutig einen Vorteil haben, weil sie vorab Zugriff haben. Und ich halt es schaffen muss, vor denen hochzuladen, weil sonst brauche ich gar nicht erst hochladen. Weil, das sieht nun wirklich, meine Folgen haben, solange wie die großen Kanäle noch nichts hochgeladen haben über dieses Thema, haben sie ein paar Klicks gemacht. In dem Moment, wo die großen Kanäle da waren, war vorbei. Ja. Dementsprechend hatte ich so ein 10-15 Minuten Fenster, in dem ich das Ding dann halt rausbringen konnte, bevor die das hochgeladen haben. Aber was ist mit dem Schnee hier los? Loil. Was ist das? Lukas, guck mal in meine Drohne. Nee. Guck dir in die Schnee an. Loll, wie ist das? Keine Ahnung, der Schnee bewegt sich mit der Drohne. Oh, sie haben jetzt kein Bewer. Ach, Mann. Warte mal, wo ist Spawn? Ich bin... Spawn als Einziger hinten. Samm Weih. Samm Weih. Sister Weih. Okay. 10 Sekunden� Naht. Oh, hier oben könnte es witzig werden. Oh, hier oben könnte das witzig werden. Sherk. Ich habe es gesehen. Nein! Du hast jetzt deine Drohne gestorben. Jaaa! Oh, schade. Achso, das war kein Tile Inter. Ich dachte gerade, what the fuck, warum hält sich deine Waffe so tot an? Aber das war nur ne Muzzle, oder? Hast du drauf? Ja. Ich hab ne Muzzle breit, alle. Warte mal, du kannst durch. Weil ich ja da war. Sweeping for electronics. Jaaa, deswegen hab ich auch Glatze genommen, Alter. Du sagst Bescheid, wenn du sowas haben möchtest? Wow. Ich sag Bescheid, wenn unsere Jana wieder leben. Jaja, viel Spaß, in zwei Minuten. Spätestens. Hast du übrigens, ich hab ein paar Claymos dabei. Ist das so, ne? Soll ich ihnen mal eine Wand reinbeißen? Jaaa, bringt halt nicht, weil da keiner ist, ne? Lol. Vielen Dank. Das hat, das hat so geholfen. Joa. Hey, wie viele Magnete sind denn da? Piept denn da so komisch, Alter? Meine Dinger da. Und die Bombe. Und der Top. Ich geh mal, Red ist das. Versuch ich mal reinzukommen. Okay, die haben eine Rotation im Bathroom. Oh, sie hat einen neuen Drohnen-Screen. Sie hat Wulf da einen Drohnen-Screen. Und wir haben einen Warden entgegnet. Ja, okay, Red ist schwapp ich. Ich schwapp hinterher. Warte, kaffe mich kurz. Ich place the Clamer. Wenn sie mich lässt. Jaha! Wo? Junge, ich hab im Warden vier Hits gedrückt auf dem New Bellic. Ich hab ihm auch nochmal einen Hit gedrückt. Alter, dieser Recall von der Waffe ist wirklich schlimm. Ich hab dem Typen ohne Scheiß vier Hits gedrückt und der Typ ist immer noch fast voll. Ja. Alter, dieser Recall. Hinter dem, GroKo. Ich weiß. Was ist das? Keine Ahnung. Junge, was ist das? Also sag nur bitte erstmal, wie ich noch lebe. Ich weiß es nicht. Ich hab aber deine Drohnen im Blick. Also wir können ja sagen, wenn die von shoppen kommt. Shoppen. Oh, warum ist hier denn? Lol. Wie ist der daran wieder vorbeigekommen? Oder wo ist der? Hallo, der ist da rein. Ich dachte, der wäre nach links gegangen. Wo war unser Diffuser? Immer noch Half-Life. Ja, auf White glaube ich war er gelesen. Achso, okay. Junge, was ist das? Wie ist der noch auf Half-Life? Willst du sie noch halben? Ich weiß es nicht. Also ich spiel sie nicht nochmal. Die Sache ist halt, ich hab dem einen Hit gegeben, wenn du wirklich vier Hits gegeben hast, der müsste zweimal tot sein. Ich hab dem vier reingedrückt, ja. Also bei mir ist wirklich richtig Blut weggespritzt. Das hat er wie gesehen. Bei mir auch. Ja, geil. Ich kann dir nicht sagen, was mit dem Typen ist, Alter. Ich hab dem vier Hits gegeben. Es ist Blut gespritzt. Ich hab sogar die Hits gehört. In der Killcam. Ja. In der Deathcam. Geil. Und der Typ hat dadurch irgendwie fünf aufgedrückt. Ja. So wie es sein muss. Vor allem die Sache ist, ich frag mich immer noch, wie sie das machen, dass sowas funktioniert. Weil eigentlich triffst du entweder die Hitbox oder du triffst gar nichts. Oder der Typ leckt einfach extrem rum. Was aber auch nicht sein kann, weil sein Ping eigentlich maximal 90 sein kann. Ich weiß nicht, welcher von denen das war. Und wenn du 90er pingst, solltest du noch nicht soo hart rumdecken. Der Typ mit drei Killz ist das. Ah. 24er pingst. Okay, der... Das ist nicht... Nee. Also das ist nicht wegen dem Ping. Ziemlich ehrlich, bei einem 20er ping. Also, es muss irgendwo ein Siege liegen, ne? Es hätte ihm zwei unterschiedliche Hitboxen. Eine, die irgendwie Blutspritzen lässt und eine, die wirklich einen Hit magst. Aber... Aber... Ich hab meine Drohnen in Mining. Ten seconds before insertion. Komm mich da oben oben und holt euch da und ich kade. Ich hab's da einfach lassen sollen. You've located a bomb. Make your location at the music. Oh. Ich bin einfach bein, als sowas von Spawn-Peed dran drin, wenn der in Spawn-Peed hätte. Na? Ist der okay? No. I'm a snake. I'm a snake. Dann gucken wir mal ganz kurz da rein. Drone is ready to go. Activated drones. I'm a snake in a snake. I'm a snake in a snake. Ich brauch aber nen... Okay, da hockt doch vielleicht was. Hm. Lock ihn da hin. Yo, warte mal. Ich guck grad mal wo er hockt. Oder war das die Iana? War glaub ich nur die Iana. Oh. Wo kamen die Schüsse gerade her? I don't know. Ping one. So ein Luke oder sowas, glaub ich. Ich hab uns gerade alle von einer Flashbang gerettet, na? Okay, alles. Der Blackbeard hätte sie gegen die Tür geschmissen, wenn ich sie nicht eingeschlagen hätte. Swapping Max! Der steht da hinten an nem Türrand. Die sagen, dass ich komm nicht ran will, solange da die Dinger sind. Ich war auf. Geh hoch? Geh hoch. Mach das. Ich hab hier was. Achtung, Kibir. Von wo kam das? Oben, oder? Hä? Nein, das kam durch das Loch. Das hat sich aber angehört, als wär das in die Etage rühr. Ja, deswegen hab ich ja gesagt, oben. What the fuck? Lol, der Blackbeard hat aber mehr Glück als verstanden. Funktioniert das? Nee. Nein, funktioniert nicht. Schade. Hier haben wir Fusehaut rein da. Ah, schade. Wir haben null Info. Oh, einer ist uns halt. Passt. Fett. Piana. Einer ist vom Fett window. Und unser Jana ist tot. Zwei sind in Kitsch. Fett. 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 Schade. Du hast gejammt. Ich guck mir... Ja gut, da kommst du nicht durch. Hä? In was für einen Jammer bin ich reingefahren? Keine Ahnung. Junge. Da unten. Da unten. Dings. Hast du? 15 seconds remaining. Ich seh ihn nicht! Hast du den... Hast du den Boden gesehen? Ah, schade. Hast du den Boden gerade gesehen? Ich konnte den Typen nicht sehen. Oh lol. Aber er konnte ihn auf jeden Fall sehen. Also ich hab ihm zugeguckt. Ich hab ihn gesehen neben dem. Auf jeden Fall, als er gestorben ist. Nee, als er auf mich geballert hat, konnte ich den nicht sehen. Ich hab keine Ahnung, warum ich dich oben bin. Wie gesagt. Also bei mir, das C4 war einfach nur eine Etage höher bei mir. Vom Sound her. Also ich meine, ich hab ja wahrgenommen, dass es ein C4 ist. Ich hab ja sogar gesagt, Achtung, C4 bei euch oben wahrscheinlich. Es hat sich einfach exakt angehört, als wär's eine Etage höher. Also du weißt, was ich meine. Dieser gedämpfte Sound. Wenn's eine Etage höher oder hinter einer Wand ist. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin nicht dämlich, Coco. Ich kenn's du. Oh, ich hab ne Idee, was passiert sein könnte. Er hat oben da das Loch gehabt in der Wand. Was, wenn Sie schon mal wieder, typischerweise für eine frühe Season, einen Soundbug hat und das, wenn du durch ein Loch schmeißt, das denkt vom Sound her, es wär noch hinter der Wand. Weiß ich nicht. Und dementsprechend das so gedämpft wird. Ja. Keine Ahnung. Kann sein, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich bin gerade nur am überlegen, was es sein könnte. Vigil. Drone has located a bomb. Was? Echo mit Pumpgun. Okay, nice. Ein Spawnpeak, Naruk oder Doc. Wo Spawnpeak da? Der versucht nach West zu spawnpeaken, aber von Midfloor. Ach so, okay. Wir haben wieder einen One. Der hinten bei White ist irgendwo. Five seconds to insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. One more. Look, der ist noch jemand, mit dem Shotgun. Puh! Ich war der ECO wahrscheinlich. Stairs, stairs. Jetzt sind da immer noch jemanden vorhin. Changing mags. Was ist das? Kost und Schalt getötet! Kost und Schalt getötet! Kost und Schalt getötet! Geh mal nach ganz oben! Oder soll ich bei euch mit kommen? Hä? Ja, Christmastree liegt da rum, Alter! Da unten, du siehst doch! Uhhh... Die C's sind schon wieder sehr gut los Oh, ich hab ne Idee, wo wir uns gelegen haben Ich hab kurz rausgetappt Dementsprechend ist scheisse Gerade bei euch wahrscheinlich Ok, ne, doch nicht Ich lag doch nicht daran Ich dachte, meine Soundtreiber-Einstellungen werden falsch eingestellt Aber sind sie nicht Ach Gott Wo wollen wir hin? Ganz oben? Mh... C Dann nehmen wir Wook Ach, Mann, Alter! Ach so, weißt du, was mich interessieren würde Ob die anderen Operator von Wolfgarde Jetzt auch nen Wolfgarde, ähm, Handy haben Oder ob die weiterhin das normale Siege-Handy haben Ah, no! Das ist ja auch ne interessante Sache Warte mal, Wook war nicht Wookgarde, oder? Das war Doc, oder? Doc, ja Doc und Monty Oder? Ja, Doc, Monty, Ryan war weiter noch Wer war noch? Wer war noch? Ich weiß es gerade gar nicht Aber egal Was? Ach so! Ach so! Ich mag es nicht direkt gegenüber von Wolfgarde Ok, Kroko, 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 ich werde keine Köpfe treffen Ich hab grad ne Drohne gewandt Ah, ok 10 Sekunden für Assertion Try it for us Are we loaded? Alter, wir sind hier irgendwie Enforcement zu, Alter Weißt du aber, ich weiß es aber Ich bin nicht nur zwei ab, ob Also mir kommt dieser Typ Legitimately nicht wirklich legit vor Ja, wobei ich nicht wüsste warum Ja, wobei ich nicht wüsste warum Also bisher wäre es Auf jeden Fall Normal Komisch Wie soll ich Rotation zu den Dings machen hier? Kann ich auch machen? Kann ich auch machen Ja, kann ich auch machen Deswegen soll ich... Soll ich einfach machen, oder? Ach komm, machen wir mal Ja, mach halt Oh, die haben hier ja das Fenster auf Die haben einen am Skylight minus 1 Mhm Irgendwer ist gedroppt Geilheit oder was? Keine Ahnung wo Noch mehr gedroppt Und ne Blackbeard hockt am Skylight glaub ich Oh fuck Ich bin so tot Ich hab... Nee, hier ist niemand der irgendwo hingedroppt ist Safe? Ja Weil ich hab irgendwie drei Leute droppen, oder? Increasing our defense Nee Okay Niemand gedroppt Schon wieder jemand gedroppt vom Sound her Ich höre es selbst, aber nee Noch was gedroppt Wieder Das, ja Hier geht's The Element of Surprise Schon wieder irgendwas unten? Schon wieder irgendwas unten? Alter... Also... Soundpacks sind schon wieder extrem am Start dann Reloading! Impact out! Muster runter Mining, die haben mich gesehen Oh mich haben sie auch gesehen Oh fuck, die haben eine OSA Yo, OSA ist on spot OSA on spot Hat ein Schild doch da Und ein Blackbeard hockt immer noch am... Blackbeard Skylight voll on spot Ähm... Ah jaaaaaaah Ok, OSA is down Oh und wenn ich mit dem weg bin Ah, schade mal sagen wir hoffen dass die nächsten besser werden wie gesagt wird hoffentlich die ganze zeit zu bleiben und wir sehen uns dann hoffentlich nächste woche mittwoch wieder zu einem weiteren ranked hier mit lukas und ja mal schauen hoffentlich besser dann vielen dank dass du bis zum schluss dran geblieben ist oben rechts siehst du jetzt die passende playlist zu diesem projekt unten links hat youtube am video passend für dich bereitgestellt wenn dir meine videos gefallen kannst du mich gerne unterstützen indem du einen daumen nach oben da lässt oder den kanal abonniert und die glocke aktiviert um immer über neue videos informiert zu werden